Ich muss jemanden finden, dem ich das anhängen kann. Jemanden wie ihn. Es wird so aussehen, als hätte er es getan. Ich heiße Phoenix Wright. Ich bin erst seit drei Monaten Anwalt. Das hier wird mein erster Prozess. Und heute stehe ich zum ersten Mal als Verteidiger im Gerichtssaal. Ich bin erst seit drei Monaten Anwalt. 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 Ich hoffe, du bist bereit. Das bin ich. Verzeihen Sie Miss Faye, dass ich Ihnen die Zeit raube. Ist schon gut. Schließlich möchte ich doch das Debüt meines Lieblingsschülers nicht verpassen. Um nichts in der Welt. Danke. Ich bin richtig erstaunt. Nicht jeder bringt den Mut auf, sich einen Mord als ersten Fall auszusuchen. Für mich gab es bei der Sache keine Wahl. Ich bin ihm diesen Gefallen einfach schuldig. Eingefallen? Für den Angeklagten? Ja. Im Grunde verdanke ich es ihm, dass ich jetzt diesen Job mache. Er ist einer der Gründe, warum ich Anwalt geworden bin. Also das ist mir neu. Jetzt wäre wohl der richtige Zeitpunkt, mich bei ihm zu revanchieren. Und da kommt mein Klient, Larry Butz. Schon seit der Grundschule sind wir beste Freunde. Nick, Alter! Ich war es nicht! Alter, nimm die Flossen weg! Nick, Alter! Ich war das wirklich nicht! Ich weiß. Ich glaube dir. Aber in der Zeitung steht, dass du es warst. Und die braucht für ein Urteil keine Beweise. Phoenix? Dieser Mann hat also dafür gesorgt, dass du Anwalt werden wolltest? Ja. Er hat ein gutes Herz. Aber er ist einfach ein Pechvogel. Und die besten Manieren hat er auch nicht. Okay, er ist ein Pechvogel und ein Sturkopf. Wie dem muss es sein. Du musst bis zum Ändern seiner Unschuld glauben. Vergiss das bloß nicht. Niemals. Das Gericht verhandelt heute den Prozess gegen den Angeklagten Larry Butz. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Dann bitte ich um das Eröffnungsplädoyer, Staatsanwalt Payne. Sofort, euer Ehren. Das Opfer heißt Cindy Stone. 22 Jahre alt, von Beruf Model. Sie wurde tot in ihrem Apartment aufgefunden. Der Autopsiebericht und der Zustand des Tatorts ließen auf einen Mord schließen. Der geschätzte Todeszeitpunkt liegt zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags. Die Todesursache war ein Schlag gegen den Kopf mit einer Statue, die den Denker darstellt. Ich lege die Statue als Beweis vor. In Ordnung. Ich muss gestehen, diese Statue wird sehr profan. Nicht profan, sondern Rodin. Das ist ein Geschenk, das ich mit verdammt viel Hingabe für meine Geliebte gemacht habe. Oh, dann ist sie also handgemacht. Wir haben übrigens die Fingerabdrücke des Angeklagten auf der Mordwaffe gefunden. Was? Das gibt's doch nicht. Das Ding ist handgemacht. Natürlich sind deine Fingerabdrücke da drauf. Nick, Alter. Lass mich endlich aussagen. Mach hin, sonst gibt's hier gleich geschmorten Larry. Die Staatsanwaltschaft würde den Angeklagten auch gerne im Zeugenstand sehen. Also gut, drehten sie in den Zeugenstand. Na endlich, Platz da, jetzt komm ich! Pechvogel, Sturkopf und jetzt auch noch eine große Klappe. Du hast ja Freunde Phoenix. Also, Mr. Batz. Stimmt es, dass das Opfer sie kürzlich abserviert hat? Hä? Ach, pass mal auf, Freundchen! Wir sind das Traumpaar des 20. Jahrhunderts! Das 20. Jahrhundert ist aber schon lange vorbei, du Pfeife. Nur letztens hat sie meine Anrufe so ein bisschen ignoriert und mich sitzen lassen. So ein bisschen. So etwas nennt man gemeinhin auch abserviert werden. Jetzt halt mal den Ball flach! Sagen Sie mal, wussten Sie denn eigentlich auch von Ihrem Trip nach Übersee? Den Trip nach Übersee? Das ist mir so ein bisschen neu. Hier ist der Reisepass des Opfers. Demnach kehrte sie von einer Reise nach New York zurück, bevor sie ermordet wurde. Wir fanden auch dieses Foto, das dort gemacht wurde. Hä? Mein Geschenk! Ich lege dem Gericht diese beiden Objekte als Beweis vor euer Ehren. Beweismittel akzeptiert. Hä? Alter, warte, warte, warte! Wer hat dieses Foto da gemacht? Der Mann, mit dem sie dort war, natürlich. Boah, Scheiße! Bitte, Larry, lass das hier im Gerichtssaal. Und da hätten wir dann auch das Motiv. Als der Angeklagte von diesem Vorfall erfuhr, ermordete er vor Wut das Opfer. Hm, ja, das leuchtet in der Tat ein. Hä? Wart mal so ein bisschen! Ich war das nicht, ich schwör's! Aber haben Sie nicht am Tag des Mordes dem Apartment des Opfers einen Besuch abgestattet? Äh, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Kaum zu ertragen, wie schwer er sich tut, den Dom zu spielen. Sie erinnern sich nicht daran? Nun, lassen Sie mich Ihnen auf die Sprünge helfen. Hä? Euer Ehren, der Angeklagte lügt uns eindeutig etwas vor. Die Anklage bittet ergiebigst darum, einen Augenzeugen anhören zu lassen. Einen Augenzeugen? Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal! Für den Zeugen herein! Hallo! Jetzt wird es ernst, Phoenix. Sieh dich vor! Hallo! Ein Zeuge? Nennen Sie bitte Namen und Beruf! Mein Name ist Frank Savit. Ich verkaufe Zeitungsabonnements. Nun, Mr. Savit, erläutern Sie dem Gericht doch bitte, was Ihnen am Tag des Mordes aufgefallen ist. Sehr wohl! Ich war in diesem Tag im Apartmentkomplex, um Abernements zu verkaufen. Dann sah ich einen Mann das Apartment verlassen. Er hat sich dabei sehr auffällig verhalten. Ich bin sicher, dass er es war, euer Ehren. Verdammt, Larry, warum wusste ich nichts davon? Ich fand das sehr merkwürdig. Also warf ich einen kleinen Blick in das Apartment. Und dann lag da diese Frau, regungslos. Ich konnte vor lauter Angst nicht reingehen. Also lief ich sofort zum nächstlegenden Münz-Telefon und rief die Polizei. Das war um zwei Uhr nachmittags. Zwei Uhr? Ein Münz-Telefon? Gab es denn in dem Apartment kein Telefon? Es stand eins an der Eingangstür. Doch es gab in dem Gebiet einen Stromausfall von ein Uhr bis sechs Uhr nachmittags. Er konnte es also nicht benutzen. Ja, das rechtfertigt die Nutzung eines Münz-Telefons. Stromausfall? Also, euer Ehren. Das war doch eine sehr ausführliche Zeugenaussage. Was hast du? Na, nichts. Verteidigung? Beginnen Sie mit dem Kreuzverhör. Jawohl. Nun, jetzt kannst du dich beweisen. Wenn dein Klient unschuldig ist, dann muss der Zeuge in seiner Aussage gelogen haben. Gleiche die Aussage mit dem Beweisen ab. Es muss sich ein Widerspruch ergeben. Finde ihn. Widerspruch? Doch, genau. Die Beweise enthalten den Schlüssel zur Wahrheit. Schnapp ihn dir. Okay. Ich versuch's. Also, euer Ehren. In der Aussage des Zeugen befindet sich anscheinend ein klarer Widerspruch. Oh. Aber wo denn bitte? Also, ich finde, wir sollten uns alle zusammensetzen und ihn gemeinsam finden, nicht wahr? Was soll das denn jetzt? Jetzt ist nicht die Zeit zum Spaßen, sondern zum Nachdenken. Tut mir leid. Der Autopsiebericht? Was ist das? Na gut. Dann beginnen wir das Kreuzverhör von neuem. Verteidiger? Sie sagen also, es war 2 Uhr nachmittags. Sind Sie sich über die Uhrzeit ganz sicher? Absolut sicher. Na, aber laut diesem Autopsiebericht, stabbt das Opfer allem anscheinend nach erst um 4 Uhr nachmittags. Nun, euer Ehren. Ist das denn kein Widerspruch? Ja. Ah. Oh. Brillant gelöst, Phoenix. Ähm, ähm. Der Zeuge soll sich erklären. Na, natürlich. Ich habe irgendwo eine Zeitansage gehört. Vielleicht soll sie ja fern, bevor sie starb. Oh ja, das leuchtet doch ein. Aber gab es zu diesem Zeitpunkt nicht einen Stromausfall? Demnach konnte der Fernseher gar nicht angeschaltet sein. Tut mir leid, habe mich vertan. Ich hörte diese Uhr, die auf dem Tisch starb. Eine Uhr? Ja, genau. Die Denkerstatue da drüben, mit der er sie ermordete. Euer Ehren, diese Statue ist in der Tat eine Uhr. Dreht man den Hals, dann spricht sie anscheinend laut die Zeit aus. Na, ist das nicht der Hammer, Alter? Und wann wolltest du mir das sagen? Dreht man den Hals, sagt sie die Zeit an. Mr. Savit, sie sagen nicht die Wahrheit. In ihrer Aussage hieß es... Ich konnte vor lauter Angst nicht reingehen. Um zu wissen, dass dies eine Uhr ist, mussten sie ihre Zeitansage hören. Also, haben sie die Uhr an diesem Tag gehört. Nämlich als sie in das Apartment gingen und das Opfer damit erschlugen. Ich denke, es ist zwei Uhr. Die Ansage der Statue muss sie überrascht haben. Und so brannte sich die Uhrzeit in ihren Kopf ein. Liege ich damit etwa falsch? Zeuge, war es so? A-a-aber ich habe nicht... Alles Lügen! Hören Sie auf, so einen Scheiß zu erzählen! Ich saß mit eigenen Augen! Der, der sie getötet hat, war dieser Mann! Ruhe! Achten Sie auf Ihren Tonfall, Zeuge! Verteidiger, können Sie dem Gericht unwiderlegbar beweisen, dass der Zeuge die Zeitansage dieser Uhr vernommen hat? Wäre Ihnen das möglich? A-also... Ja, das kann er. Lassen wir die Uhr doch in diesem Gerichtssaal dertönen. Hier und jetzt. Sehr wohl. Ich denke, es ist neun Uhr fünfundzwanzig. Eine sehr rudansche Form einer Zeitansage. Geil, nicht wahr? Das ist meine eigene Stimme! Aber was soll das jetzt eigentlich genau beweisen können? Neun Uhr fünfundzwanzig. Staatsanwalt Payne, wie spät ist es jetzt gerade? Jetzt? Elf Uhr fünfundzwanzig. Sie geht zwei Stunden nach. Mr. Savits Aussage ging auch zwei Stunden nach. Das bedeutet, dass das, was er zum Zeitpunkt des Mordes hörte, definitiv diese Uhr hier war! Hey! Amüsante Geschichte, das muss ich dir lassen. Sieht ganz so aus, als würde sie zwei Stunden nachgehen. Aber wer sagt, dass sie schon am Tag des Mordes getan hat? Na, Spitzkopf? Hast du darauf ne Antwort? Ja! Wenn du das nicht beweisen kannst, dann ist der Fall damit abgeschlossen. Phoenix! Wie sieht es aus, Verteidiger? Du darfst jetzt nicht so einfach nachlassen. Soll es das gewesen sein, nachdem ich so nah dran war? Einspruch! Einspruch! Damit steht also das Urteil im Verfahren gegen Larry Butts Schluss endlich fest! Sir, habe ich den Weg extra auf mich genommen, um mich jetzt als Mörder beschuldigen zu lassen? Ihr Anwälte seid das Letzte! Bitte vergib mir, Larry. Und damit erkläre ich das Kreuzverhör des Zeugen Franks avid für beendet. Nicht so voreinig! Was? Jetzt ist der Zeitpunkt für Späße gekommen, Phoenix. Ein Anwalt kann erst dann nur anfangen zu lachen, wenn alles aussichtslos scheint. Gebt nicht auf. Bis zum bitteren Ende. Wenn die Verteidigung noch etwas zu sagen hat, dann bitte sofort. Tja! Ist dem nun so, Verteidiger? Aber wie soll man denn beweisen können, dass die Uhr schon zum Zeitpunkt des Mordes falsch ging? Denk einfach mal andersherum. Andersherum? Ja. Denk doch mal darüber nach, warum die Uhr überhaupt erst zwei Stunden nachging. Dann hast du die Antwort. Zwei Stunden. Es scheint, als hätte die Verteidigung nun doch nichts mehr hervorzubringen. Ich hab's. Und das Urteil lautet somit... Einspruch! Der Grund, warum die Uhr zwei Stunden nachging, ist... Genau hier! Und... Und was soll das Foto jetzt beweisen? Japan und die USA liegen in verschiedenen Zeitzonen. Ihrem Reisepass zufolge kehrte das Opfer am Tag vor dem Mord von einer Reise nach New York zurück. Die Zeitverschiebung zwischen New York und Japan beträgt 14 Stunden. Ist es hier vier Uhr nachmittags, ist es dort zwei Uhr vormittags. Ganz einfach. Und damit wären es zwei Stunden. Das Opfer nahm die Uhr mit auf ihren Trip. Doch sie hat sie nach ihrer Ankunft nicht zurückgestellt. Deshalb ging die Uhr, die sie da hörten. Zwei Stunden nach, Mr. Savit! Ist das nun immer noch Unsinn? Nimm den Zeugen sofort fest! Als Zeitungsverkäufer hatte Mr. Savit Wohnungen ausgeraubt, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Doch das Opfer kehrte zurück, während er noch in der Wohnung war. Und das führte dann zu dem Mord. Ich denke, es ist zwei Uhr. Uhr im Gerichtssaal! Mr. Wright? Ja? Ich bin ernsthaft verblüfft von Ihnen. In Ihrem ersten Fall haben Sie es geschafft, den wahren Täter zu entlarven. Oh, vielen Dank, euer Ehren. Und somit werde ich jetzt das Urteil fällen. Nicht schuldig! Verdammter Mist! Das war klasse, Phoenix. Einfach großartig. Ohne sie hätte ich es nie geschafft, Miss Faye. Und damit ist die Verhandlung geschlossen. Voll der Hammer! Nick, Alter, ich könnte dich glatt knuddeln! Herzlichen Glückwunsch, Harry Butts. Nicht Harry, ich heiße Larry. Hä? Verzeihung, wie war das Harry? Also, ähm, naja, ist ja auch egal. Vielen Dank für die Hilfe. Äh, das werde ich Ihnen nie vergessen. Hör mal, ich habe dich verteidigt. Ah, genau. Bitte nehmen Sie das hier. Aber ist das nicht die Mordwaffe? Ah, nee, nee, nicht die. Die ist das Gleiche, aber irgendwie auch nicht. Ich habe zwei gemacht und diese hier ist meine. Ah. Bitte nehmen Sie das als Erinnerung an. Nun, da kann ich wohl nicht Nein sagen. Hab vielen Dank. Ich habe sie geliebt, Alter. Wie konnte sie mich nur so betrügen? Los, tröste mich. Larry. Ich wäre mir da gar nicht so sicher. Sie hat dich wirklich genauso geliebt wie du sie. Und hier ist der Beweis dafür. Alles Lügen, Nick, Alter. Denk doch mal nach. Warum hat sie die Uhr denn sonst auf ihre Reise mitgenommen? Hä? Vielleicht hatte sie ja sonst keine andere. Und nur deshalb schleppt sie dieses sperrige Ding mit sich rum? Ich denke nicht. Danke, Mann. Alter Kumpel. Das war wirklich haarscharf. Aber du hast deinen ersten Schritt als Anwalt gemacht. Ja, ich hatte zeitweise wirklich Angst. Und dennoch. Du hast damit jemandem wirklich geholfen. Mhm. Felix, hör mir gut zu. Ich denke, in dieser Gesellschaft gibt es eine Menge Leute, die in Zukunft dringend deine Hilfe benötigen werden. Also. Tu dein Bestes. Verstanden. Ach ja. Der Grund, weshalb du Anwalt wurdest. Ich verdanke es alles ihm. Erzähl mir irgendwann mal mehr davon. Das werde ich, Miss Faye. Ja, jetzt habe ich doch glatt mein Fahrrad vergessen. Hm? Wir sehen uns dann. Und so fand mein erster Fall sein Ende. Doch mein Versprechen, der Chefin von dem Grund zu erzählen, aus dem ich Anwalt wurde, war eines, das ich nicht zu halten imstande war. EIN SPRICH Eines Nachts, ein Tatort übersät mit Glassplittern, eine erschreckende Mordwaffe und eine letzte mit Blut geschriebene Botschaft. Was sollen diese Worte nur bedeuten? Und die Hauptverdächtige? Ist Miss Faye's kleine Schwester? Was hast du dort gemacht? Hast du sie wirklich getötet? Finde die Widersprüche. Greife nach der Wahrheit. Nächstes Mal. Wandel der Schwestern. Erste Verhandlung. Nimm das! Ich glaube, ich esse meinen Gleich auf. Ich muss jemanden f***en. Jemanden wie ihn. Es wird so aussehen, als hätte ich alles getan. Ich heiße Jonathan Frakes. Ich bin erst seit drei Monaten Jonathan Frakes. Und heute stehe ich zum ersten Mal als Jonathan Frakes im Gerichtssaal. Für mich gab es bei der Sache keine Wahl. Ich bin ihm diesen Gefallen einfach schuldig. Ein Mord für den Angeklagten? Ja. Das Gericht verhandelt heute den Prozess gegen den Angeklagten. Phoenix Wright. Warum wusste ich nichts davon? Euer Ehren. Der Angeklagte lügt uns eindeutig etwas vor. Die Anklage bittet ergiebigst darum, einen Augenzeugen zu zeugen. Einen Zeugen zeugen? Ruhe. Ruhe im Gerichtssaal. Für den Zeugen halten. Nennen Sie bitte Namen und Beruf. Mein Name ist Laborchef Dr. Klenk. Ich verkaufe Doping für die Haare. Dr. Klenk. Erläutern Sie dem Gericht doch bitte, was Ihnen am Tag des Mordes aufgefallen ist. In der Tat. Ich war in diesem Tag im Apartmentkomplex, um Dope zu verkaufen. Dann sah ich einen Mann das Apartment verlassen. Regungslos. Ich bin sicher, dass ich es war, euer Ehren. Geil, nicht wahr? Das ist meine eigene Stimme. Eine sehr rudansche Form einer Zeitansage. Sie sagen also, es war 2 Uhr nachmittags. Sind Sie sich über die Uhrzeit ganz sicher? Absolut sicher. Na aber laut diesem Autopsiebericht, stappt das Opfer allem anscheinend nach. Gar nicht. Hm, ja, es leuchtet. In der Tat. Ein. Und somit werde ich jetzt das Urteil fällen. Schuldig.